Herzlich Willkommen bei der Einführung in Coveo Enterprise Search. In vielen Unternehmen setzt sich die Erkenntnis durch, dass häufig Informationen, die Mitarbeiter für ihre tägliche Arbeit benötigen, zwar vorhanden sind, die Suche und das Auffinden von Informationen sich aber schwierig und zeitaufwendig gestaltet. Die Gründe hierfür sind vielfältig. Informationen liegen heute in immer größerem Umfang digital vor und jeden Tag kommen wertvolle Informationen hinzu. Hier den Überblick zu behalten und die richtigen Informationen schnell wiederzufinden, gestaltet sich zunehmend schwieriger. Mit Coveo wurde ein Produkt geschaffen, mit dem ihre Mitarbeiter unternehmensweit schnell und einfach wichtige Dokumente wiederfinden können. Hier sehen Sie die Suchoberfläche der Coveo Enterprise Search. Sie tippen einfach den gewünschten Suchbegriff in die Textbox ein und klicken auf Suche. Innerhalb von Bruchteilen von Sekunden erscheint das Suchergebnis. Auf der linken Seite sehen Sie alle Suchergebnisse. Auf der rechten Seite sind die Suchergebnisse gruppiert nach Dokumententyp, nach Autor oder nach Erstelldatum. Wenn Sie zum Beispiel die Suche einschränken wollen auf einen bestimmten Autor, klicken Sie einfach auf den Autor und die Suche wird daraufhin gefiltert. Wenn Sie nur Dokumente eines bestimmten Erstelldatums sehen möchten, filtern Sie nach Erstelldatum und dynamisch erweitert sich die Erstelldatumsanzeige auf entsprechende Monate. Das Auffinden von Dokumenten ist natürlich nur ein Bestandteil der Coveo Enterprise Search. Sie möchten gegebenenfalls die gefundenen Dokumente auch bearbeiten. Wir nehmen uns einmal ein Word-Dokument und können das gefundene Dokument in der Ordneransicht öffnen oder direkt aus dem Internet Explorer öffnen und natürlich auch bearbeiten, verändern und entsprechend wieder abspeichern. Gehen wir zurück auf die Hauptansicht aller Dokumente. Beachten Sie, dass es innerhalb von 0,09 Sekunden aus tausenden von Dokumenten gefunden wurde. Im Folgenden möchte ich Ihnen weitere Möglichkeiten der Coveo Enterprise Search vorstellen. Standardmäßig werden die Suchergebnisse nach Relevanz, also Treffergenauigkeit sortiert. Sie können die Ergebnisse allerdings auch nach Datum sortieren, aufsteigend oder absteigend, ganz wie Sie Ihre Suche einschränken möchten. Gehen wir zurück zur Treffergenauigkeit, um Ihnen einige weitere Highlights der Coveo Enterprise Search vorzustellen. Mit der Schnellansicht können Sie sich schnell einen Überblick über das Dokument verschaffen, ohne das Originaldokument zu eröffnen. Sie können die gewählten Suchbegriffe innerhalb des Dokumentes sehr schnell anspringen und damit durch das Dokument navigieren. Auch weitere Ergebnisse sind schnell im Zugriff. Um sich noch schneller einen Eindruck vom Dokument zu verschaffen, können Sie die Zusammenfassung auswählen. Dort werden die Stichworte im Dokument aufgelistet sowie eine Zusammenfassung erstellt. Außerdem erhalten Sie einen Überblick über die Eigenschaften des Dokuments. Um die Suche direkt von Anfang an einzuschränken, bietet Coveo ebenfalls ausgefeilte Möglichkeiten. So können Sie direkt nach Format filtern. Nehmen wir einmal an, wir wollen ein Word-Dokument suchen. Sie können allerdings die Suche noch weiter komfortabel einschränken, um zum Beispiel nur Dokumente eines bestimmten Autors auszuwählen. Sie erhalten hier als Ergebnis nur einen Treffer und direkt angezeigt, nach welchen Kriterien gefiltert wurde. Löschen wir ein Kriterium, erhalten wir 145 Dokumente. Löschen wir das zweite Kriterium, erhalten wir einen gesamten Suchbestand von 225 Dokumenten. Neben der Möglichkeit, interne Dokumente zu durchsuchen, können Sie allerdings auch externe Websites in den Suchindex mit aufnehmen. Diese Dokumente werden genauso wie interne Dokumente indiziert. Sie können ebenfalls nach Jahr, also Erstelldatum, filtern und so die Suche schnell einschränken. Genauso wie interne Dokumente wird auch eine Zusammenfassung der Web-Dokumente erstellt. Zudem werden die gefundenen Seiten auch im Cush vorgehalten, sodass, falls die Seiten einmal vom Web gehen, die Suchergebnisse nicht verloren gehen. Natürlich besteht ebenfalls die Möglichkeit, zur Originalseite zu navigieren. Damit erweitern Sie die Suchmöglichkeiten und die Nutzungsmöglichkeiten von Coveo Enterprise Search enorm. Neben der deutschen Suchoberfläche bietet Coveo Enterprise Search die Suchoberfläche auch in verschiedenen Sprachen an. So ist standardmäßig auch Englisch vorhanden. Das heißt, alle Kommentare, alle Benutzersteuerelemente sind hier auf Englisch gehalten. Auch die Suchergebnisseiten werden in englischer Sprache präsentiert. Oder Sie können natürlich auch eine französische Benutzeroberfläche erhalten. Die verschiedenen Suchsprachen sind natürlich parallel betreibbar, sodass Sie Ihren Mitarbeitern auch in einer weltweiten Umgebung die Möglichkeit geben, in ihrer Landessprache Suchen durchzuführen. Hiermit endet unsere kurze Einführung in Coveo Enterprise Search. Ich möchte Ihnen recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit danken. Wir stehen Ihnen natürlich selbstverständlich unter coveo-think.de für Ihre Fragen zur Verfügung. Sie können sich auch gerne eine Testversion der Coveo Enterprise Search bestellen, die Sie dann 30 Tage lang in Ihrem Hause auf Herz und Nieren testen können. Auf Wiederhören!